Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen. Hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Mittwoch, den 30. Oktober. Heute haben wir dabei Netflix, Google, Flash und Samsung. Beginnen tun wir mit Netflix, denn die tasten ein neues Feature. Und das bedeutet nicht, dass dieses Feature irgendwann kommt. Netflix ist einfach neugierig und macht so kleine Tests in der Mobil-Variante. Und zwar mit dem mobilen Player gibt es jetzt bei einigen Leuten die Möglichkeit, dass man die Abspielgeschwindigkeit ändert. Das kennen viele von euch, die jetzt gerade auch hier Podcast hören, schon lange von Podcast. Also die kann man ja in einer höheren Geschwindigkeit abspielen, damit man schneller den Content sich reinzieht. Und das wird auch von Netflix mit ihren Filmen und Serien getestet. Inwiefern das Sinn macht, muss man mal schauen. Also man kann es auch verlangsamen, also auf die halbe Geschwindigkeit. Man kann es aber auch in der anderthalbfachen Geschwindigkeit und noch zwei Abstufungen dazwischen abspielen. Entsprechend werden logischerweise auch die Stimmen angepasst, damit die nicht wie Mickey Mouse sich anhören. Und ja, also ich glaube, ich habe da keinen Bedarf. Und jetzt mal den künstlerischen Aspekt, auch gerade bei einem Film, so zu beeinflussen, finde ich jetzt auch ein bisschen komisch. Andererseits, jeder Jack ist anders und wenn die Leute das haben möchten, können sie es ja benutzen. Man muss es ja nicht. Nächstes Thema, Google. Die haben ja vor kurzem die .new-Verknüpfungen vorgestellt. .new ist eine Domain, die gehört Google und darunter haben sie diverse Verknüpfungen gemacht, wie zum Beispiel die cal.new, also die Kalenderfunktion. Und dadurch einen Klick da drauf, wenn man es auf einer Webseite eingebettet hat, dann passiert etwas, was damit definiert wird. Also entsprechend bei Cal.new, da wird direkt aus dem Browser ein neuer Google-Kalendereintrag erzeugt. Aber man könnte x Sachen machen. Und stellt euch das vor, wie diese Funktion tell-Doppelpunkt, die man hinter den Link legen kann. Und wenn man da drauf tippt, dann wird die entsprechende Telefonnummer vom Smartphone oder meinetwegen von Skype aus angerufen. Und das Ganze ist ja auch einfach in eine Webseite eingebettet. Da gibt es jetzt Neuheiten, denn Google öffnet das und man kann sich ab Juli 2020 dafür registrieren, bekommt dann eine entsprechende Domain und kann damit halt eine Verknüpfung anlegen für sich, beziehungsweise auch für seine Firma und gerade für Firmen gibt es vorab schon seit dem 15. Oktober noch bis zum 14. Januar 2020 die Möglichkeit, wenn man eine eingetragene Marke hat, sich entsprechend seine .new-Domain-Verknüpfung zu sichern. Ich bin gespannt, was die ganzen Firmen damit anstellen. Es wird wahrscheinlich auch viel Unsinn geben, aber auch viel Nützliches, denke ich mal. Das hat Google ja schon vorgemacht. Ja, und was Google auch nicht vormacht, sondern jetzt endlich mal durchzieht, ist, Google entfernt Adobe Flash-Inhalte aus dem Suchindex. Ja, da werden jetzt viele erstmal staunen. Die Jüngeren unter euch werden Adobe Flash vielleicht sogar gar nicht mehr kennen. Adobe Flash, die Pain von ganz früh aus dem Netz, existiert immer noch auf einigen Seiten anscheinend. Wird von Google immer noch indiziert im Rahmen der Möglichkeiten. Wird nicht so hoch gerankt, das ist auch logisch, aber Google haut es demnächst komplett raus. In 2020 werden wir dann hoffentlich, oder ziemlich sicher, nichts mehr von Adobe Flash bei Google finden. Und dann wird es wahrscheinlich dann auch im Web irgendwann mal aussterben. Und ein letztes Thema für heute, Samsung. Die haben auf ihrer Entwicklerkonferenz ein neues klappbares Smartphone vorgestellt. Also die scheint es wirklich ernst zu meinen. Bisher kennen wir ja das Galaxy Fold. Das klappt halt wie ein Buch von links nach rechts. Und jetzt haben sie in einem Video ein klappbares Telefon, was von oben nach unten klappt, vorgestellt. Ähnlich wie wir es von dem Motorola Razr erwarten. Und ähnlich wie wir es von früher kennen von den ganzen Klapp-Telefonen. Sprich, das Display von oben nach unten geklappt. Ihr könnt es euch angucken. Video ist natürlich verlinkt im Artikel in den Shownotes. Und ja, schauen wir mal, ob das rundher läuft als die Einführung vom Galaxy Fold, wenn es denn mal kommt. So, und das war es auch schon für heute. Ich wünsche euch ein gutes Bergfest Mittwoch. Für viele ist ja morgen der letzte Arbeits- oder Schultag, whatever. Also wir sind im Endspurt. Ich hoffe, wir hören uns morgen wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.